DUM-Radio, Neues aus Kirche und Religion Mit Veronika Seidel-Cardoso Der Vatikan hat für die Suche nach der vor 36 Jahren spurlos verschwundenen Vatikanbürgerin Emanuela Orlandi neue Untersuchungen angekündigt. Sie betreffen Knochen aus zwei Beinhäusern unter dem Boden des Priesterkollegs am Campus Santo Teutonico im Vatikan, wie ein Sprecher mitteilte. Sie sollen ab kommenden Samstag von Gutachtern untersucht werden. Der Vatikan hatte am Donnerstag zwei Gräber auf dem Deutschen Friedhof im Vatikan geöffnet, da Orlandi dort laut einem anonymen Hinweis bestattet sein sollte. Jedoch wurden keinerlei menschliche Überreste gefunden. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf unserer Internetseite DOMRADIO.DE Der Vatikan hat mehr Einsatz für die Rechte von Seeleuten gefordert. Internationale Organisationen, Regierungsverantwortliche und die Seefahrerszene sollten weitere Anstrengungen unternehmen, um die Rechte all jener, die auf See arbeiten, zu schützen und zu sichern. So heißt es in einer Vatikanbotschaft zum Sonntag des Meeres, der in diesem Jahr am 14. Juli begangen wird. Bestehende Konventionen zu Rechten von Seefahrern würden noch zu oft missachtet. Die schlechten Arbeitsbedingungen, Einsamkeit und Depressionen könnten sich negativ auf die psychische Gesundheit der Seefahrer auswirken, heißt es. Papst Franziskus wünscht sich eine schnelle Lösung des Konflikts in Venezuela. Er rief während seines Angelus-Gebetes auf dem Petersplatz zum Gebet für alle betroffenen Parteien auf, damit diese schnellstmöglich ein Abkommen zum Wohl des Landes treffen, um die Leiden der Leute zu beenden. Die Venezuelaner litten sehr unter der andauernden Krise, so Franziskus. Im Machtkampf zwischen dem linksgerichteten Präsidenten Maduro und dem konservativen Interimspräsidenten Guaido ist weiter keine Lösung in Sicht. Auch jüngste Gespräche auf Barbados zwischen Vertretern der Regierung und der Opposition brachten keine nennenswerten Fortschritte. Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie auf DOMRADIO.DE Die Handelsschifffahrt auf dem Mittelmeer hat nach Beobachtungen der deutschen Seemannsmission in großen Teilen ihren Kurs geändert, um Flüchtlingsrouten zu umfahren. Die Reedereien nehmen die Kosten von längeren Routen in Kauf, um sich nicht dem Vorwurf der indirekten Schlepperhilfe auszusetzen. Das sagte Seemannsdiakon Schildhauer dem evangelischen Pressedienst. Vor allem Italien, das die Seenotrettung kriminalisiere, trage dazu bei, dass die Reedereien Begegnungen mit Flüchtlingsschiffen vermieden. Der Zentralrat der Juden in Deutschland verlangt von Amazon ein Eingreifen gegen den Verkauf von antisemitischen Büchern und T-Shirts mit rechtsradikalen Parolen auf der Versandplattform. Man erwarte von einem Unternehmen wie Amazon, dass es solche Schriften eigenständig auf ihre Rechtswidrigkeit prüfe, gegebenenfalls unverzüglich aus dem Verkehr ziehe und gegen die Urheber konsequent Strafanzeige stelle. Das sagte Zentralratspräsident Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gleiches gelte für T-Shirts und Aufkleber, die NS-Größen oder rechtes Gedankengut verherrlichten oder den Hass auf Minderheiten schürten.